Hey Internet und YouTube! Happy Wheels! Wir beginnen mit Football! Dumm! Damn, hier Drogerie mag Deathmatch. Don't move, das kann ich am besten. Du wolltest Fußball spielen, Gainzone, nicht ich. Alles nur für deine Karriere, genau wie das Klavier damals. Was auf dich drauf geflogen ist. Gut, das war dein Bruder. Irgendwann mussten wir es dir sagen. Jetzt bist du wenigstens kein Waisenkind mehr. Weil du technisch nicht im Leben bist. Victory! Das war wohl verdient, das Victory, das muss man zugeben. Ten Ways to Die, Version 2. Damit es sich räumt. Another ten ways to die. Okay, mein Sohn, ich zeig dir die wunderbare Welt. No, 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 Greenpeace. Bomben in Mülleimern. Das könnte ich in meinen Minecraft Pool einbauen, allerdings. Kein Mensch will wir reinspringen. So viel Chili. What is here? Nice. Now he's dead. Absolut. Hältst du hier ein Baby über den Mixer? Nun, das war ja... Das hätte ich dir auch sagen können, dass das nicht die beste Idee ist. Nom 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 nom. Baby, ich hole dir die Sterne vom Himmel. Und keine Weihnachtsgeschenke. Und dann noch das letzte. Oh Gott. Das Geräusch mussten wir jetzt noch haben. Zum Schluss. Don't move. Klingt gut. Sowas kann ich ganz gut. Was war das? Ein Auge? Ein Auge? Ne, passt schon. Oh, sehr gut. Oh man, sowas müsste es wirklich in Disneyland gehen. Das wäre total witzig. Allerdings, ja gut. Angestellte würde man in jeder Menge brauchen. Das ist richtig. Aber hey, die Bezahlung wäre super. Null. Das ist eine einmalige Erfahrung. Könnte man so ausschreiben. Okay. Barrel attack. And the weather is bad and it's raining. Barrels. Mit dem Pärchen. Barrels are coming. Think fast. Nun, ich denke, ich bin tot. Ja, halleluja. Okay, gut. Wunderbar, wunderbar. Wartet mal. Wartet doch. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Ja, also nach mathematischen Berechnungen bin ich tot. Was klingt hier gut? Spike fall hard. Let's do this. I believe I can jump. No. 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 Okay. Okay, das müssen wir nur ausrechnen. Ich muss kurz nachdenken. Wir sehen uns dann wieder. Wartet. Ne, 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 ne. Keine Panik. Ganz easy. Easy runter. Easy. Locker flockig. Oh, das ist perfekt. Das ist perfekt. Das Victory-Zeichen war da. Ich hab's geschafft. Niemand sagte, wie viele Körperteile ankommen sollen. Von daher, ich hab nichts gelesen im Vertrag. Auch das Kleingedruckte. Candy World. Ich weiß doch genau, dass das was für dich ist. Miss Candy in Candy World. Giant Lollipop behind you. Hell no. Achso, ich fahr hin noch weiter. Gumballs. Ja, so wird das nichts. Entweder du kommst... Du musst dir deinen Lolli verdienen. Du musst ihn dir verdienen. Komm, damit kannst du die ganze Nacht schlecken. So ein guter Lolli ist das. Der Lolli... Der Süßigkeiten-Lolli. Jetzt komm schon. Gibst du auf? Wartet, wartet, wartet. Er legt... Du bist so eine Angeberin. Komm mal hin. Aha! Okay, weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Der Weihnachtsmann braucht Süßigkeiten. Lauft, meine... Grünen... Grünen... Typen... Ich bin mir nicht genau sicher, was ihr seid, aber... Was macht Mubi? Okay, was haben wir noch? Killerstick-Demo. Okay, Killerstick klingt gut. Oh, hi. Space to start, forward... Okay, wunderbar. Oh, sorry, sorry. Oh, oh, sorry. Der ganze Müll. Wartet, 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 wartet. Er war immer mit einem Lächeln. Und ein kleiner... Lord of the Dance. Ich bin etwas getrunken, es tut mir leid. Es tut mir leid. Wartet. Wieso schreist du rum? Du bist doch eh schon viergeteilt. Nein, nicht umfallen. Nicht umfallen. Bleib nüchtern. Ich meine Lächeln auf... Ich weiß nicht, warum wir Fernseher sind, aber... Nie mehr Weihnachten, kommt schon! Ich glaube, die meisten schreien, weil sie Angst haben, um den Fernseher. Nicht nur herumtanzen. Geh weiter, mein Freund. Geh weiter, geh weiter, geh mal. Step by step. Oh, baby. Ja, sag einmal, komme ich hier nicht weiter? Ja, komm, mach hier keine... Was glaubst du, wer du bist? Frank Sinatra? Blutrausch? I'm so happy. I can murder all day. Der hört nicht auf zu schreien. Oh gut, ihm geht sie auch nicht. Es funktioniert auch... Hör doch auf zu schreien, das macht mich ganz nervös. Aber wie immerhin kann ich nicht umfallen. Ich habe das ganz wackelige Knie, mein Freund. Okay. Wunderbar. Das hier noch. Nein, 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 impossible! Okay, perfekt. Das ist genau das Richtige für mich. Ich werde... Das Ganze eines Besseren... Oh, sie haben anvisiert eines Besseren... Haha, ausgetrickst! Ausgetrickst! Nein, ich Idiot! Jesus! Sieht aber auch elegant aus, aber ich hatte sie... Oh Mann, die war... Oh Gott! Wartet! Nicht drüber! Nein! Ah! Ah! Da-da-da! Ihr müsst es euch noch vorstellen. Wartet. Ah, ah, ah! Der ist runter! Nein! Oh Gott, sie haben ihn noch... Okay, ich muss mich nur zeigen. Na, das war ja großartig. Wie kann man denn das schaffen? Wie blöd muss man... Sagt nichts, Juni. Ho! 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 Nicht ein Kratzer! Nicht ein Blut! Nicht einmal beim Brot aufschneing... Nee, gar nicht. Nicht einmal ausgerutscht. Nicht einmal... Nicht einmal Dreck vom... Boden, nicht einmal... Ich... Perfekt. Damit muss ich jetzt hiermit beenden. Das war unglaublich. Ich gehe jetzt noch... Ich stehe jetzt noch ein bisschen auf und applaudiere mich selber. Ich sage danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss! finns noch zu hiermit beenden. Ich gehe gar nicht lieber nach hoch. Und dann... Hay wird dir so ...